Auf Beton wohnen, ohne Regeln, Bärnacke. Gewalt gab es schon immer dazu. Irgendwo steckt das in jedem drin, in einigen mehr, in einigen weniger. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein normaler Familienvater, der entsetzt ist, wenn er so Geschichten hört, dass ich da irgendwelche Leute prüge, sondern ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft. Man will die Person nicht blindert oder totschlagen. Trinkt ein paar Fäuste und dann soll die Person liegen bleiben. Feuerloch, Feuerloch! Der moderne Hooligan, meiner Meinung nach, sind Leute, die sich auf dem Acker treffen, Kämpfer ausführen. Mittlerweile ist es ein richtiges Kampfsportteam, die auf dem Acker stehen. Es ist Zeit für das Face-Off. Ein kurzer Erinnerung, kein Trinken, kein Filmen. Jeder im Fußball hat angefangen, zu trinken und zu tun. Und wir wollen pure Kampf haben. ein paar Minuten nachsehen. Ich schaffe dich, ich sehe dich vonnen! Da schI am hals abwech wollte meine RealitätBroben haben Sie sich nochocken.